Hayley Hayley Ah, da ist sie doch, guck mal Ja, na klar für dich, wie sieht's denn aus bei Hayley? Ein Herz? Warum? Ich hab doch schon mehr, oder? Versteh ich nicht Na gut, nochmal kann ich's dann nicht schenken Oh, cool Super Fashion Girl Magazin Oh, da war noch ein PC Da kann ich nix machen Alter, krass, man kann dir voll viel angucken Rein, raus, rein, raus Ein Globus Hey, da ist das Sternen-Total Ich bin, was? Ich bin doch nicht dreckig Ich seh fesch aus Machst du mal dein Mikro wieder an? Apropos Mikro Wer jetzt fail Passt So Muss ja mal gucken, dass ich das nicht verstelle Sonst übersteuere ich Es passiert manchmal, dass sich das von alleine Höher stellt, der Pegel Und ich weiß nicht, woran es liegt Ich hatte mal die Vermutung, dass es an Discord liegt Dass der da dran rumspielt Das war's aber wohl nicht So, jetzt weiß ich nicht, ob der im Bett ist Kann ich da nicht gucken, ne? Gar nicht Bin wieder da, sorry, aber von Maria, die Mutter hat angerufen Und meistens, wenn sie anruft, ist irgendwas Aber jetzt war nix Okay Dann gehen wir erst mal pennen hier Ich konnte jetzt auch nicht schreiben Ich wollte irgendwie schreiben Ja, bin noch da oder so, aber Bedankt euch bei Marias Mutter 24, wir haben noch In vier Tagen ist dieses Fest Oder was Irgendwann das sein soll Ja Warte mal Hier, wir haben noch Das können wir noch Ernten Weil das wird noch fertig Einen Tag vorher Ja Ja, guck mal Ich habe hier jetzt auch Hopfen Gepflanzt Wird das noch fertig vorher? Nee, elf Tage Aber Das kann man mehrmals Ich hoffe, dass es nicht nach dem Sommer Dings, ne? Hier Vergammelt ist Ich glaube, es gibt auch Dinge, die Fast alles überleben Außer im Winter wahrscheinlich Wie haben wir denn hier so viel Geld eingenommen? Echt mal, woher? Ach so, einmal 500 Von der Mama Ja Vom Opa Dann Ich habe jetzt hier eine Blume Ich gehe jetzt mal zu dir hin Konntest du dir eigentlich mehrere Blumen geben? Nee, es geht immer nur einmal am Tag Ach so, einen Eisenbacher nehme ich noch mit Dann gibt es wieder Cash Einen Eisenbacher müssen wir glaube ich auch noch im Ich denke auch, ja Im Gemeinschaftsraum müssen wir glaube ich auch noch Ey man, bin ich zu früh dran Echt, wissen wir da noch Jetzt war bei der der Shane dran Ja, ja, so ein Schlitzrohr Der Shane hat bei der übernachtet Und dann quatsche ich den Den anderen sagt er, er hat keine Zeit zum reden Irgendwas geht da vor sich Mein, äh, ich mach mal zwei Eisenbachen Oh Wenn du sagst Du kannst ja gucken, ob Kann ja auch selber Ja, kannst auch selber Aber ich angle Angel ist Zeitvertreib bei mir Ich guck gerade Wo war denn das, weißt du noch? Handwerksraum oder wie? Nee, bei diesen, da wo es nur drei Dinger gibt Heizraum Ja Ah, tatsächlich Ein Kupferbarren und ein Eisenbarren Da mache ich noch einen Und ich mache dann auch mal Kupfer Müsste eigentlich auch gehen Äh, wo war das drin jetzt? Da, ne? Kupfer können wir auch machen So, natürlich nicht So Ist doch noch nicht fertig hier drin, oder wie? Achso, dann machen wir noch was anderes Herstellen Müsli-Riegel Das geht gut mit den Müsli-Riegeln Ja, finde ich auch Aber es gibt bestimmt noch effektivere Ja, klar Aber das kostet halt nichts Das ist cool Essen dauert Der Vorgang des Essens dauert halt ewig Also gefüllt Ja, dann kann ich nebenbei Hör mal Gießen Wo kommst du denn her? Gießen Gottes Lachs habe ich gefunden Ah, neuer Fisch Nice Ich glaube, den kann ich auch abgeben Boah, der kostet Der hat einen goldenen Stern Ich glaube, der ist da besonders viel wert Das Blöde ist alles, was ich finde Musst du auch nochmal finden, weißt? Ja, Mann Bei diesem Sammeln 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 Sammeln, Alter Nee, das Sammeln Also Gemeinschaftszentrum Ist für uns beide Ja, nee, das Aber das gibt es noch dieses Sammeln Wenn man ins Inventar schaut Weißt du, wie ich meine? Achso, ja Man alle Fische auf einen Blick sieht Hä, wo? Ach, da war das Und dann oben gibt es da irgendwie sowas Ah, stimmt Weiß nicht, ob man da was kriegt Ich will es auf jeden Fall halt aber auch irgendwie voll kriegen Dann werde ich da noch ran müssen Ist ja jetzt Ich weiß nicht, wenn du es mir hinschmeißt, ob das auch zählt Hm, gute Frage Kaulbarsch Das können wir ja testen mit dem Gottes Lachs oder was Das war Ja, ich kriege ja immer eine Meldung Wenn ich einen neuen Fisch habe So beim Angeln Neuer Fisch Ja, und dann schmeißen wir den dann gleich mal hier hin Und dann gucke ich mal, ob das Ob das wäre zu simpel Aber wir können es probieren Probieren und gehen überstudieren Ich sage das irgendwie oft in letzter Zeit Eigentlich hasse ich diesen Spruch Aber es ist halt so Boah, weißt du noch, wo das war Das Handwerksding Ah, ne, das war unten Ne, das Schmelzteil Mit dem Eisen Das war hier unten, die Kammer Achso, das weiß ich immer nicht Da muss ich auch mal schauen Ich glaube, das war hier Fische Sauber Ne, den Gottes Lachs hatte ich schon Der war nur, glaube ich, besonders Im Wert Aber Ich gucke Dann gucke ich aber mal, ob Hä, ich habe nur ein Eisen jetzt dabei Geht das eigentlich? Ne Sammlung Bei den Fischen Ich habe nur so wenig Finde ich komisch Ich komme mal zu dir Wo bist denn du? Ich laufe jetzt wieder zurück zum Haus Achso, dann gehe ich kurz zu der Edelwicke Ich gebe dir die Edelwicke einmal Gefrickel Welche essen das von dem Ganzen? Das Gefrickel Lass mal ein Elektro-Lied machen Und wir nennen es dann das Gefrickel Ihre Kaufen steht bei mir Ich könnte Huhn kaufen Wo? Na bei der Für 800G Bei wer? Bei der Many oder wie die heißt Wo bist du? Ja, bei ihr Drin Im Bauernhof? Ja Ja, Kauf Ne, nicht im Bauernhof Ich kann bei ihr direkt an der Theke kaufen Hä, wo ist die denn? Ja, dahinter Hinter der Theke Ja, das meine ich doch Da unten in ihrer Ranch Da in einem Laden Ja, genau Was dachtest du denn, was ich meine mit ihr drinnen In ihr drinnen oder was? Ne, wenn du fragst, wo sie ist Ich kaufe jetzt so einen Huhn Ey, was ist denn jetzt passiert? Ach, will er einen Hühnerstall aus? Ja, unseren, ne? Hab ich jetzt, okay Jetzt müsste da ein Huhn drin sein Sehr schön Ich sende die Die kleinen Licky Sofort zu Und um neu zu Hause Da ist wirklich ein kleines Huhn drin Ich hab ja Ich hab keine Ahnung, wie das geht Ne, dass ich glaube Da müssen wir echt mal nachgucken Gleich Nach dem Part Ich lade dich mal kurz in der Bikini nach Weil, ehe wir dann die Viecher Alle verlieren hier Ständig Wer ist denn der Bürgermeister? Eigentlich Louis Louis Der Louis Der ist hier unten im Laden Und fragt, wo seine Shorts ist Derweil muss er noch hinten ins Zimmer gehen So, wer wollte denn jetzt hier den Eisenbahn haben? Abigail Und Abigail Wohnt Ich da Hier unten, oder? Abigail Ah, da Ich geb das mal noch ab Dann tu den mal bei uns in die Kiste Warte, mach ich jetzt Hast du den überhaupt schon gefunden bei dir? Nee Bei deiner Sammlung Hab ich noch nicht Also ich bin jetzt auf dem Marktplatz Achso, dann tu ich in die Kiste, oder? Ja Und wenn das bei dir nicht geht Kannst du direkt in die Truhe tun Weil der hat einen goldenen Stern Ich glaube, der bringt Kohle Nein, das ob zu ist jetzt Verdammt Das geht mir auf den Sack mit den Uhrzeiten Vor allem, wieso ist zu? Bis 15 Uhr Das Krankenhaus nur auf, oder was? Außerdem Hier kann ich rein Mittwoch Mittwoch Mittwoch-Ruhetag Fickt euch Was ist los? Hab ich denn noch Zeit? Noch einen Tag für diese Kack-Lieferung Geil Wie kann denn rumspringen, die Abigail? Wie sieht die aus? Ja, die hat die lilafarbene Haare Ah, die, ja Genau Mal gucken, ob die hier irgendwo rumoxidiert Die sind bei uns zu Hause in den Farmen noch ein bisschen Ja In den Bäumen und so weiter Hallo Opa Hast du Abigail gesehen? Boah, hier sind die ganzen Rotzer Aber Abigail nicht Aber, 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 Abigail Guck, das ist der Regatta an, der Typ hier Alex Hey, Bauerntyp Ich hab eine Frage für dich Mein erster Fan war es Nicht schlecht war es Wenn ich Profi werde Nee, du wirst kein Profi Du stehst da nur rum Du übst nicht mal Happy Girl Ich hoffe, dass Nee, wenn da ein Tag steht Dann heißt es ja Morgen ist es vorbei Ja, kann schon sein Musst du jetzt noch suchen Hey Demetrius Hast du Abigail gesehen? Da fragt er mich Hey, du baust vermutlich Eine Menge interessanter Pflanzen Auf deinem Hof an Überhaupt nicht klischeehaft Das ist der einzige Schwarze Hier fragt Ja, das ist schon wieder krass Ne Ja, zwei Rezepte Also Müsli Müsli Boah, ich krieg jetzt in echt auch gerade ein bisschen Knast Müsli, ich hab Schönen Nudeln gemacht vorher Ja, da hatte ich noch nicht so Knast Jetzt aber dafür umso mehr Oh, ich wollte wieder Tortiza machen Jetzt hab ich aber keinen Käse da Ne Oh, Abfuck Ohne Käse kannst du das vergessen Dabei war ich wohl noch mal kurz drin im Konsum Ich hab jetzt so einen anderen Käse entdeckt Der ist aber verpackt Gibt's aber, glaub ich, auch an der Theke Der heißt Alter Schwede Der ist so lecker Da hab ich direkt vier Packen geholt Ah, genau, das werd ich mir dann gönnen Ist da nichts Warmes Aber ich hab heute schon warm gegessen Glaub ich noch Rest Ein bisschen Nudeln hab ich noch drüber Nice, mit rotem Pesto Tomaten und getrocknete Tomaten Geil Geiles Essen Boah, rotes Pesto muss ich auch mal probieren Ich hab immer Basilikum Pesto Ja, grün Also wir haben immer beides Das rote und das grüne Von Rewe aber Aus nem Glas Die vom Rewe finde ich am leckersten Also das gibt's auch anders Aber die Marke ist halt von Rewe Ja, ich glaub, jetzt brauch ich nicht mehr Nach das Suchen, ey Ach, verdammt Und Hayley hab ich auch nicht getroffen Hayley, warum bin ich ja mit meiner Energie auf einmal Weil du am Du musst noch zu dem Ei Äh, zu dem Hund Der Fisch ist in der Truhe Ah ja, genau Ist schon bei uns Ich bin bei uns, ja Und wenn das nicht geht, dann verkauf den mal Ah, richtig Welcher Truhe? Essens-Truhe? Ja Gotteslachs Äh, nö, da passiert nix Anverkuchen Vielleicht hast du den ja auch schon Ne, hat's doch nicht, ne? Ne, ne, hab ich nachgeguckt vorher Halt Doch, war richtig Äh, ich behalte mal das Eisen Vielleicht habe ich ja doch noch einen Tag Ich glaub, das war nicht Ja, kann auch sein, dass du am Den Tag das zu dir bringen musst Jetzt wäre ja noch Glück Bidibad Was? Alter, die komische Hutmaus Haben wir auch nicht gefunden Weiß ich nicht, welche Hütte die meint Gut, ich hab unten beim Zauberer noch nicht geschaut Ja, da ist ja nur ein Zauberturm Strand könnte es irgendwo sein Wer weiß das schon Die Hütte vielleicht am Strand von dem Typen Das kann natürlich sein Gibt's da irgendeine Zeitbeschränkung? Ne, du Ich weiß nicht, ich denke, dass die nicht ewig da sein wird Was machst du jetzt noch? Achso, ich hab jetzt auch noch hier Ich dachte, du wärst noch unterwegs Ne, meine Energie war schon leer Dann geh ich nach Hause Ich war jetzt auch noch ein paar Kiefernzapfen sammeln und so Nur ne Haule Na, diese Nacht, diese Eule Ne, nicht diese Eule oder was das ist, gell? Ja Genau Wie geil Achso Geht doch nicht Ich wollte mal schauen, was ne Edelwecke trinkt Immerhin 100 Klar, 5 Fische 200 Also langsam nutzt sich's mit dem Fischen nicht mehr Konnt ja auch ne Mine, unten gab's ja auch Wasser Aber da hab ich schon mal geangelt, da kam nix So, ich guck mal, ob die Nein Natürlich geht das nicht mehr Ah, okay Dann wissen wir das Was muss ich eigentlich mit diesem Stockding machen? Muss ich das auch? Ja, das ist für mein Bier Ne, das ist für Pam Die bildet so ein helles Bier Ja, muss ich trotzdem bewässern, ne Ja Oder Ich denke schon Man sieht's gar nicht richtig Ja, das stimmt Ich hab wieder nen Brief Anbauer Danger Zock Ich bin kein Bauer Wegen dem Huhn bestimmt Mein Knie macht mir wieder Probleme Und weißt du, was da hilft Das verdammte Ding mit Peperoni einzureiben Das Problem ist Mein Vorrat geht langsam zur Neige Wenn du eine übrig hast Schuldle ich dir was George Nimm's mal an Peperoni haben wir ja Oh, wer ist George? Ich muss Ich bin Hans Echt So lange nicht gezockt? Wer merkt sich für diese Affen? Also so Viele hab ich mir beim letzten Mal schon gut merken können Ach George Das war der alte Sack Das verdammte Ding mit Peperoni einzureiben Ja